Herzlich Willkommen zu heute einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Vor uns haben wir einmal das Blackberry 8520 Curve Lean. Das ist einmal dieses hier. Ganz neu in der Farbe Schwarz haben wir es einmal hier. Wir kommen erstmal zum Lieferumfang, wie gewöhnlich. Ähm, Broschüre, Sicherheitsinformationsbroschüre, Software, da haben wir auch schon Smartphone vor uns liegen. Können wir euch mal zur eigentlichen Lieferumfang. USB-Kabel mit dem Anschluss von MegaUSB, also Blackberry macht das schon ganz gut so. Äh, Standardanschlüsse. Dann haben wir noch einmal einen Adapter. Für den deutschen, äh, für den deutschen Anschluss, für die deutsche Steckdose. Und der Kopfhörer, äh, wie immer, von Blackberry aus Plastik. Das ist soweit leider der Fall. Hier haben wir nochmal möglich, um den, äh, Adapter anschließen zu können, auch das entsprechende Netzladekabel. Wo einfach nur dann, äh, der Adapter aufgesetzt wird. Und international kann man sich dann die Adapteuren auch noch zulegen. Das ist jetzt ein, äh, Einsteiger-Telefon. Hier haben wir nochmal den Akku. Den benötigen wir natürlich vielleicht nochmal. Das ist jetzt ein Einsteiger-Telefon, das heißt, äh, ein Einsteiger-Blackberry. Äh, das erste Blackberry halt, mit, äh, keinem Trackpad, sondern, ähm, ähm, einen optischen Trackpad halt. Also kein, kein, kein Drehrad, äh, wie bei der alten Telefon, sondern nur, halt so ein Sensorfeld, äh, womit man den Finger einfach hin und her wackeln kann. Wir kommen erstmal zum Aufbau und starten aber erstmal das Telefon. Wie ihr es von Blackberry kennt, dauert es recht lange. Wir legen mal unsere Vodafone-SIM-Karte rein, die auch im Blackberry-Dienst verfügt. Der Akku ist jetzt 1100 mAh stark, äh, 1150 mAh stark, Verzeihung. Da könnt ihr es nochmal sehen. Äh, das Original natürlich von Blackberry. Legen den mal rein. Äh, ne Speicherkarte ist gleich eingelegt. Von 2 GB. Recht cool also, wenn man seine Musikdaten rauslagern möchte. Das ist, äh, wie immer, ähm, glänzend von außen, sieht aus wie Metall, ist natürlich aber Kunststoff. Blackberry baut die besten Telefone, besten Smartphones für Business, die es gibt. Ähm, leider jedoch immer nur mit, ähm, nicht so tollen Materialien. Bevor wir auf andrücken, startet das Blackberry natürlich, wie es, äh, sich gewohnt ist. Äh, zum Aufbau erstmal von der vorderen Seite natürlich eine Quetzlateratur, wie man das vom Blackberry kennt, dadurch ist Blackberry berühmt geworden. Hier seht ihr es nochmal. Auch vom Curve, äh, schön auseinanderliegende Tasten. Nicht wie das Bolt jetzt halt, äh, zusammenklebende Tasten, sondern wirklich auseinanderliegende Tasten. Und, ähm, man sieht aber im Vergleich zum E170 einmal, ähm, dass das Telefon nicht so riesig ist. Ansonsten, neben der Quetzlateratur haben wir nochmal eine Aufleg-, äh, eine Abnehm-Aufleg-Tastatur, Ab-Aufleg-Taste, ähm, Menü rückwärts und natürlich Trackpad. Ähm, ein Touchscreen, ein, kein Touchscreen, Verzeihung, ähm, ein Display, 3,5mm Ausgang für Audio, ähm, Mikro-USB-Taste, äh, die Taste sagt mir jetzt großartig nichts, ist einfach nur eine Erhebung. Wir testen es aber gleich mal aus. Hier unten haben wir Mic. Auch nochmal Tasten, ähm, auch wieder Erhebungen, keine richtigen Griff-Tasten. Aber wir schauen gleich nochmal, was das ist. Und noch eine Kamera haben wir drin. So. Das klappt aber auch schon ganz schön mit den Tasten. Wir sagen einfach mal OK. Äh, dann geben wir unsere PIN ein. Code angenommen. Äh, schließen auch gleich diesen, diesen Assistenten hier. Denn den brauchen wir nicht. Der lädt uns nur ein, wie wir mit dem Trackpad zu arbeiten haben. Abbrechen. Nochmal versuchen wir es. Schließen. OK. So. Da kommen wir auch zu unserer Ausgangsanzeige. Wir haben dann einmal, wie wir es von BlackBerry nicht großartig anders kennen. Äh, Akku. Ähm, Netz, Datum, Uhrzeit. Ähm, GPRS. Wi-Fi ist verfügbar. Eine Nachricht ist schon ausgehangen. Was für ein Profil wir haben. Schnellstartmenü. Ähm. Das ist wieder ein ganz neuer Curve. Und BlackBerry hat entschieden, dass das Telefon kein 3G bekommt. Sondern sich mit Edge zufrieden geben muss. Ähm, ja. Dann kommen wir erstmal zum, ähm, ersten Menü. Hier sehen wir halt, wenn ihr mit dem, hin und her gehen. Eine E-Mail. Äh, eine Nachricht. Kontakte. Kalender. Browser. Oder von Live. Medien. Äh, wir gehen aber direkt mal ins Menü rein. Hier. Mit der Taste, dass es kein Sensor fällt, sondern wirklich eine druckbare Taste. Und das startet auch schon das Menü. Ähm, recht übersichtlich mit vielen Icons. Die man sich, ähm, individuell hinlegen kann. Wir gehen mal direkt erstmal in E-Mail rein. Das BlackBerry wurde registriert. Also man könnte jetzt theoretisch einen E-Mail-Account einbinden. Und die E-Mails kommen per Push an. Das machen wir jetzt aber hier erstmal nicht. Ähm, als nächstes gehen wir weiter zu Kontakten. Keine Kontakte drinne. Ich ziehe das mal ein bisschen auf, sodass ihr besser sehen könnt. Wir wollen aber den Kontakt dann mal einfügen, indem wir den Kontakt hinzufügen klicken. Den Namen eingeben. Wir schauen mal, ob wir mit der Tatatur hier klarkommen. Und ihr das auch parallel sehen könnt. Genau, so machen wir das einmal. Also mit der Tattoo kann man super klar. Schön griffig ist, schön groß ist die. Ähm, also ist nicht abgelegt platt, sondern ist echt cool. Man kann schön raufdrücken. Und hat auch einen Zwischenraum drinne. So, Namen haben wir eingegeben. Jetzt gehen wir runter. Ich zeige euch nochmal detailliert nochmal diesen, diesen Sensorfeld hier. Da könnt ihr jetzt nochmal genauer sehen, wie der aufgebaut ist. Also es ist wirklich nur ein Sensorfeld. Genau, da seht ihr es nochmal scharf. Also er lässt sich hin und her bewegen. Und dadurch ist er auch dann, ja, bewegbar, wie man das hier sieht. Wir müssen halt vorstellen, wie beim, ähm, Omnia oder bei der, bei der, bei dem, bei dem Sony Rixx-X1, Xperia. Wir geben ja hier irgendwie eine Rufnummer ein, was vollkommen unwichtig ist. So. Und man kann etliche Informationen mehr eingeben, je nachdem, was man für wichtig hält, um einen Kontakt vollständig abzuschließen. Ähm, und wenn wir sagen, okay, so weit ist alles vollständig, so möchten wir unseren Kontakt anlegen. Dann einfach auf die Menü-Taste hier unten drücken und sagen Speichern. Das reicht dann. Dann haben wir Samy gespeichert in unseren Kontakt. Nehmen wir einfach auf Kontakt, auf Menü gehen, Kontakt finden und Samy finden. Und wenn wir sagen, okay, wir möchten Samy jetzt aber nicht mehr haben, dann müssen wir nicht jetzt unbedingt die Menü-Taste aufrufen und dann auf Löschen gehen, sondern wir gehen und sagen einfach diesen hier, Delete. Und dann wird Samy aber auch gelöscht, indem wir sagen, löschen. Und das war's. Als nächstes ist so ein Kalender. Äh, hier haben wir jetzt eine Stunden-Tagesanzahl mit Stunden-Ansicht. Wir gehen aber auf Menü und dann auf...